Hallo, kleine Schwalben. Heute lesen wir noch mal die Maus mit der Laus. Auweia, sagt die Maus. Ich glaube, ich habe eine Laus. Kannst du die Laus sehen? Ja, genau. Oben auf dem Kopf sitzt sie. Versuch's mal mit Shampoo, sagt das Schwein dazu. Und wo ist die Laus jetzt? Richtig, hier. Hier. Ich geb dir einen Kamm, meldet sich das Lamm. Wer kann die Laus jetzt entdecken? Da unten ist sie. Nimm doch mal ein Bart, ist der Entenrad. Wo hat sie sich jetzt versteckt? Da. Wenn's die ist, die ich hatte, dann bleibt sie, weiß die Ratte. Oh, das juckt aber dolle. Wie wär's denn, wenn ich kratze? Fragt verschmitzt die Katze. Wo ist die Laus? Da, hinterm Ohr. Danke und auf Wiedersehen, sagt die Laus und winkt im Gehen. Und weg ist sie.